Warum wird man dick? Hallo, ich bin Marco von Marcos Erklärvideos und ich verrate es dir. Du hast sicher schon bemerkt, dass manche Menschen etwas dicker als andere sind und hast dich vielleicht gefragt, warum das so ist. Die häufigste Ursache dafür ist, dass man zu viel und zu ungesund ist. Aber was heißt zu viel? Jeder Mensch benötigt zum Leben Energie. Diese Energie gewinnen wir aus den Lebensmitteln, die wir essen. Wir verbrauchen die Energie durch die Tätigkeiten, die wir machen. So verbraucht jemand, der den ganzen Tag nur sitzt, weniger Energie, als jemand, der viel Sport macht. Wenn wir durch unser Essen mehr Energie zu uns nehmen, als wir verbrauchen, werden wir dicker. Also jemand, der viel Sport macht, kann mehr essen, als jemand, der den ganzen Tag nur sitzt. Es kommt aber auch darauf an, was wir essen. Süßigkeiten haben zum Beispiel sehr viel Energie. Umso mehr Süßigkeiten man isst, umso mehr muss man sich auch wieder bewegen, damit man nicht dick wird. Gemüse hingegen kann man sehr viel essen, da es weniger Energie hat. Das ist auch deutlich gesünder, als Süßigkeiten. Wer also Sport treibt und auf Süßgramm weitestgehend verzichtet, braucht sich keine Sorgen machen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse mir doch gerne einen Like da und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.